Mein Name ist Gerhard Lesch, ich bin Inhaber der Firma Elektro Lesch seit August 1997. Ich habe fünf Mitarbeiter, davon drei gewerbliche, gut ausgebildete Fachkräfte, eine Bürofachkraft, die halbtags arbeitet und einen A zu B im dritten Lehrjahr. Unser Tätigkeitsfeld liegt im gesamten Bereich der Elektroinstallation, inklusive Überprüfung und Reparaturservice, wie auch E-Check Geräte-TÜV. Wir bearbeiten unter anderem Wärmespeicher, Warmwasserbehaltung über elektronische Durchlaufverhitzer bis zu Solaranlagen. In unserem neueren Schwerpunkt legen wir auf die Gebäudeleittechnik mit der elektronischen Steuerung der Beleuchtungsanlagen und Heizungsregelungen. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.